Game Keys, Game Cards, Gold und Credits, MMOGA, dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play City Car Driving Simulator. Heute mit dem Mercedes-AMG G65. Ein super schöner Mod, detailreich vor allen Dingen. Und ja, ich hatte auf die Anfrage eines Users wieder die Bedienungselemente oben links angezeigt, extra für euch, weil viele gefragt hatten, ob ich das nochmal machen könnte und ja, natürlich kann ich, ist nicht das Problem. So, ja, so, soviel zu dem Thema. Schauen wir uns das ganze Ding mal an. Von innen sieht es wunderschön aus, sehr viel Detail und schönes verarbeitetes Holz, was sehr gut aussieht. Von außen dasselbe, super schön gemacht. Vor allen Dingen gefallen mir die Felgen sehr gut. Auch von vorne schön mit der Beleuchtung. Sieht sehr gut aus. Auch hinten die Beleuchtung auch sehr gut. Und auch das Fernlicht funktioniert. Gut, starten wir doch mal den Motor und lassen uns überraschen, weil das ist immer der Moment der Wahrheit. Er hört sich nicht schlecht an, würde ich sagen. Ich beschleunige mal. Na, ist ein bisschen komisch. Aber wir hören uns das Ganze mal während der Fahrt an, würde ich sagen. Meine Pedale rutschen weg. Och, Menno. So. Wo geht der ab? Holla, die Waldfee. Der hat ja Power ohne Ende. Wahnsinn. Habt ihr das gesehen, wie schnell der beschleunigte? Ich zeige euch das nochmal. Mir gefällt's. Ist halt von AMG, ne? Aber ist cool. Gefällt mir. Achso, für die Leute, die unbedingt ein BMW, Audi oder sonst was sehen wollen. Leute, wartet einfach ab. Es wird alles so mit und mit kommen. So wie die Mods hergestellt werden. Ich mach das alles mit dem Mod-Installer. Das heißt, ich warte mal auf die Mods. Und die werden momentan alle nachgereicht. Dauert noch ein bisschen. Und dann haben wir die auch vollständig. Also bis jetzt gefällt mir der Mod. Auch vom Klang her. Warum bremst der da ab? Ich mag ihn. Der ist cool. Vor allen Dingen liegt der gut auf der Straße. Nicht so wie der Aston Martin ist, letzte im Testvideo. Der war ein bisschen schwammrig. Der hier liegt richtig gut. Boah, der ist geil. Mir gefällt der Motorsound vor allen Dingen. Ich glaube, dass die, wenn die abbremsen, machen die das komplett extra. Habe ich so ein Gefühl. Ich mach mal die Map an, damit wir vielleicht wissen, circa, wo wir hinmüssen. Ich glaube, hier rechts geht's Richtung Autobahn. Ich weiß es aber jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht. Aber ein Versuch ist es ja wert, ne? Ihr habt auch gewollt, jetzt ein bisschen realistischer fahren. Das sind alles keine Probleme. Die kann ich alle lösen. Was auch gemeint ist, dass die MPCs immer beschleunigen, wie verrückt. Und dann ist man körperlich gezwungen, fast auf die Tube zu drücken. So, dann lesen wir mal nach. Motorway geradeaus. Wunderbar. Äh, Country World. Ne, da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen ja zum Dingens. Zur Autobahn. Und die ist jetzt gerade vor uns. Schauen wir doch mal, was das Fahrzeug so drauf hat. Fuck! Na, sag mal! Was war das bitte für eine Aktion? Bist du bescheuert? Lol! Er zieht einfach mal quer rüber. Habe ich auch noch nie gehabt. Wahnsinn. Och, jetzt sind wir wieder hier. Okay, das heißt, wir müssen hier runter. Ich werde mich jetzt mal kurz beeilen. Sorry, war mein Fehler. Scheiße, leck mich die Füße. Äh, Startstelle möchte ich gerne auf der Autobahn sein. Let's go! So. Ist einfacher, das ganze Prozedere. Einfach direkt auf der Autobahn starten und fertig. Gucken wir mal, was der drauf hat. Sieht gut aus. Also Power hat der Wagen auf jeden Fall. So. 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 Also mir gefällt dieser Mod sehr gut, muss ich wirklich mal sagen. Also die Wagen, die wir vorher hatten, waren eigentlich ganz cool. Aber was Soundqualität angeht vom Motor, ist dieser Wagen ziemlich weit vorne. Und auch was die Beschleunigung angeht, ist total geil. Huch. Wow, wow, wow. Gut weggerutscht. Also mir gefällt dieser Mod sehr, sehr gut. Die ganzen Mods, die ich bis jetzt vorgestellt habe, könnt ihr übrigens auf der Herstellerseite runterladen. Die Herstellerseite findet ihr auch in der Beschreibung. Einfach dort im Forum unter Mods nachschauen. Und dann habt ihr sie so gut wie in der Tasche. Ich weiß jetzt auch nicht genau die Maximalgeschwindigkeit von diesem Fahrzeug. Aber, boah, das war sauknapp. Ich habe die Bremse bis unten durchgedrückt. Wahnsinn. Hier unten links seht ihr übrigens die Kupplung, die Bremse und das Gaspedal. Also die Bremsen von dem Fahrzeug sind nicht die besten. Das ist jetzt meine Meinung. Weil irgendwie fehlt ja der Wumms hinter der Bremse. Ich weiß auch nicht, wie ich das sonst erklären soll. Und wie ihr seht, natürlich direkt der Mod auch wieder im Traffic. Damit auch die Fahrzeuge hier in der Umgebung auch mal ein bisschen aufgepeppt werden. Lol. So sollte das dann natürlich nicht aussehen, dass jedes zweite Fahrzeug hier ein GMC ist. Ah, komm, wir müssen doch irgendwo hier einen Parkplatz haben. Wow, was ist das für ein Riesenvieh hier? Naja, dann parken wir ganz woanders. Hier ist übrigens der Mercedes. Naja, der Lexus. Als Standardedition, nicht die Version, die wir getestet haben. So sieht der so aus im Standard. Nett, oder? Hat schon was. Aber Leute, wir sehen uns im nächsten Testvideo wieder. Wenn es heißt, let's play lustige Fahrten mit mir. Hier bei Citycar Driving Simulator. Mein Name ist Herbert von GamerTV. Ich danke fürs Zusehen. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Bleibt sauber. Bleibt, wie ihr seid vor allen Dingen. Und bis dahin, Leute. Macht's gut. Und Tschüss. 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 Tschüss.